Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Polizei Video. Wir haben mal wieder etwas Neues gekauft und möchten euch das zeigen. Habt ihr schon abonniert? Falls nicht, könnt ihr das jetzt gerne nachholen. Und nun viel Spaß beim Auspacken. Schaut euch diesen tollen Polizeitruck an. Mit einem tollen Polizeispeedboot und Motor und Anhänger. Hat die Nummer 5187. Und es sind zwei Polizisten dabei. Dieser tolle Polizeitruck, dann ein Polizeispeedboot mit Motor, Anhänger, verschiedene Waffen. Schaut selbst, wir machen jetzt auf. Da gibt es wieder eine Menge Teile zum Aufbauen. Schaut selbst. Ihr seht sofort das Boot und den Truck. Und jetzt werden wir alles auspacken. Und zum Schluss werden wir natürlich, wenn alles aufgebaut ist, auch alles ausprobieren. Dann fangen wir mal an mit dem Zusammensetzen der Teile. Hier seht ihr den Truck und die Reifen. Die Reifen sind auch für den Anhänger. Und im Hintergrund seht ihr das Boot. So, die Reifen sind jetzt anmontiert. Das Deck ist auch schon drauf und das Blaulicht. Und so sieht es von vorne aus. Richtig cool. Von der Seite. Das war gar nicht so schwer und es ging auch relativ schnell. Anhängerkupplung darf natürlich nicht fehlen für den Anhänger. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Richtig tolle Farbe auch. Fährt schon mal ganz gut. Was ist noch alles dabei? Schauen wir mal. Zwei Polizisten sehe ich. Wow, die sehen aber richtig klasse aus. Und Zubehör ist auch dabei. Wie Bistolen. Ein Gewehr. Ein Fernglas. Fotoapparat. Beide Polizisten können über das Headset telefonieren. So sind sie immer in Kontakt. Was natürlich praktisch ist. Wie findet ihr dieses Set? Schreibt es uns unten in die Kommentare. So, hier seht ihr den Anhänger. Der ist jetzt auch fertig montiert. Die Reifen sind dran. Fehlt nur noch unser Speedboot. Das war gar nicht so schwer zusammenzubauen. Und das ist wirklich sehr, sehr toll. Wir freuen uns schon, es in unserem Pool fahren zu lassen. Aber dazu später mehr. Jetzt ist es fast geschafft. Jetzt für den Transport müssen wir das Boot noch befestigen, damit es nicht runterfällt. Und hier zeigen wir euch nochmal den Motor voller Power. Der ist natürlich dabei. Dann kann es ja schon losgehen. Ab ins Gelände. Ab zum Pool. Und los geht die Fahrt. Ja, näher, näher, näher. Noch ein Stück. Ja, und stopp. Jetzt noch die Befestigung abmachen. Und es geht ins Wasser. Wow, das fährt richtig super. Wir drehen jetzt hier erstmal ein paar Runden. Schaut selbst, wie toll das Boot fahren kann. Und ihr könnt es natürlich regulieren an der Schraube. So kann es auch geradeaus fahren oder nach links oder nach rechts. Und unten in der Beschreibung findet ihr noch einen Link. Dort könnt ihr dieses Set direkt bestellen. Über einen Like von euch werden wir uns sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Eure Playmobil Polizei.